Servus Leute, heute habe ich drei Szenen für euch und in der ersten war ich auf meinem zweiten Account unterwegs und habe Tarkov Shooter 8 gemacht. Und ja, was soll ich sagen, die Quest kann sehr nerven, man muss drei Kills auf Wutz machen mit einer Bolt Action Sniper. Sie kann sehr nervig sein, aber in dem Fall war sie überhaupt nicht nervig und fast geschenkt. Die geht auch einfach, beziehungsweise wenn die Paid Actor mitspielen, dann geht sie auch einfach und man kriegt mehr als man eigentlich braucht. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, war auf jeden Fall das schnellste wie ich Tarkov Shooter 8 je abgeschlossen habe. So viel will ich sagen und dann in den anderen zwei Szenen war ich einmal auf Factory unterwegs mit der KS23, ich habe Grenadier Quest fertig gemacht, noch einen Granatenkill und ich habe die Quest gemacht, indem ich Spieler mit Tremor killen muss und dann war es noch eine Szene auf Shoreline, auch mit der KS23, die ich im Moment ja wieder gerne gespielt habe und da habe ich im E-String ein bisschen PvP gehabt und ja, schaut es euch einfach an, war sehr unterhaltsam. Ich bin übrigens noch täglich live auf Twitch, twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. What? Oh, meine Waffe ist nicht geladen. Ah, natürlich ungünstig, ne? So was trägt man denn in Bodyarmor? Wenn nicht für sowas. Ey, ganz ehrlich, ich glaube von hier oben, ich mache ja kein Shooterborn in Heaven, ich muss bloß drei Leute killen, scheißegal, ich muss ja nicht auf Range gehen. Aber, ja, wir gehen hier, glaube ich, direkt runter. Mal kurz die Knifte nachladen. Ja, da hinten schießt es nämlich. Die sehe ich aber niemals und treffe ich niemals von hier, von daher gehen wir da mal direkt in die Richtung. Wie gesagt, Tag of Shooter 8, am Anfang müssen ein, zwei schnelle Kills her, sonst wird es wahrscheinlich eh nix. Es ist, es ist umso länger die Runde geht, umso... Oh, oh, Sturi. Okay. Oh, er pusht. Easy, Sturman kill, let's go. Okay. Hätte schlimmer sein können. Frage, soll ich ihn da oben schnell liegen lassen? So offensichtlich liegt er da nicht. Wir schauen erst mal, ob er noch ein, zwei Kills... Oh, was er? Wo ist er? Wo ist er? Was ist das? Was ist der tot? Prosti, Servus. Dankeschön für zwei Jahre. Mit einem Tier 1. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Danke für den Support. Und Servus. Wie geht's? Schön, dich zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der hundertprozentig tot ist. Weil ich ihn null gesehen habe. Also, ich habe ihn fliegen gesehen. Ja gut, der ist tot. Ähm, da hinten hat es geschossen, ne? Auf geht's. Zwei. Oh, die Paddeckler sind stark heute. biochallende feiern. euer Dankeschön, was ist hier eigentlich los, da ist noch einer? Ja, ok, ok, stehen da hinten auch noch, ja? Ja, ich habe zu viele Pendector bestellt, Leute, keine Ahnung. Also, ihr wisst, wie es ist. Hin und wieder verklickt man sich halt mal beim Ordern. Ich dachte, Tarkov Shooter achtet fünf Kills in einer Runde. Sind ja bloß drei. Pille Palle, ey, ey, ey. Jetzt kein Karma, bitte. Pille Palle. Jetzt mach mal locker, ey. Du bist heftiger als jeder PPC hier. Von da hinten, ja, ist klar. What? Pille Palle. Tarkov Shooter acht, lol. Toll. Hin und wieder treffen sich halt irgendwie zwei Gruppen hier am Hügel und ne? Und Sturmern auch noch kurz dabei. Wer hat der kann? So. Gut, dass ich kein Backpack dabei habe. Hier liegt ja kein Loot rum. Ey, was verzieht sich hier so? Ey. Ja, verzieht es nicht immer die ganze Zeit meine Sicht? Wissen Distortion. Nice. Okay. Kaum nervig. Noch fünf Sekunden. Hohohoho. Ciao, Kollege. Diese Waffe, ne? Hab ihn. Grenadier fertig. Danke. Passt. Hat sich nett auf meine Granate geworfen. Freundlich von ihm. Oh ja. Na? Wie läuft's? Ich werde ihm mega sympathisch. Noch sympathischer. Das geht auch fast gar nicht. Das geht auch fast gar nicht. Alex, ich bin auch schon Wochen, Mann. Grenadier. Oh shit. Wenn der KS-23 empfiehlt sich's zu treffen. Ähm. Ich bin auch schon lange an Grenadier dran. Ich hatte halt bloß noch einen Kill gebraucht, ne? Deswegen mach ich's jetzt. Also nicht wundern. Habe ich eigentlich ne Wette aufgehabt? Ne, ich glaub nicht, oder? Doch, hatte ich. Doch, hab ich offen. Okay. War mir nicht sicher, ob's von letzter Runde war. Also nehm ich eigentlich die gute Ammo hier. Wisst ihr was? Ich brech mir jetzt die Beine. Dann geh mal. Danke. Oh, ein Tremmer-Kill. Ich hab noch keinen Tremmer-Kill. Dauert noch kurz. Gib mir einen Tremor. Jetzt mach ich einen. Ah, die kommt nicht. Jawoll. Dankeschön, Kollege. Gut gemacht. Alter, diese Ammo ist ja wohl lächerlich. What the fuck, Mann. Ja, what? Ja, what? Die Ammo ist ja wohl mega lächerlich, ey. Die kurz auf den Tremor warten und dann die Typen killen. Alles klar. I take it. Diese Ammo, ey. Klasse Scheiß. Ja, passt. Passt. Auch noch ein paar mehr KS23, Manns. Ohne Mist, Mann. Diese Ammo. Ja, beide Quests fertig. Grenadier und Survivalist. Passt. Genau das, was ich wollte. Sals Schimpanse. Gemütliche drei Kills. Oh boy. Ah. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Aye, aye, aye. Ach, auf einmal ist Ruhe. 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 Ist jetzt Ruhe oder... Ey. Gerade höre ich drei Typen. Einer ist tot. Und jetzt? Und jetzt? Ey. Eine ganz ruhige Truppe hier. Er ist hier. Ich weiß es. Dude, I know you're there. Kann ich aber nicht beten. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Diese Waffe! Ich hab dich, ich treff bloß seine Arme! Der hält die Arme immer genau so! Neue Lieblingswaffe? Ey, gerade macht's mega Bock! Habt ihr gesehen, er aimt hinten an! ... 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